Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von der Shadowlands Beta. In diesem Video dreht sich alles um einen der mittleren Bosse aus dem neuen Schlachtzug Schloss Nathria. Und dabei handelt es sich um den Event-Boss Rettung des Sonnenkönigs. Bedeutet also, wir haben es mit keinem geringeren zu tun als Keltas, den wir hier retten müssen, indem wir ihn, ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund, er ist gekettet auf so einer Plattform, indem wir ihn quasi, er startet mit knapp 20% oder 15% HP, ihn auf maximale Gesundheit teilen. Gelingt uns das, haben wir den Bosskampf gewonnen und können uns mit neuem Loot ausrüsten. Beachtet bitte, dass es sich bei diesem Video allerdings nicht um einen vollständigen Guide handelt. Dieser folgt erst dann, wenn Shadowlands released wird und ich den Boss auf HC gekillt habe. Insofern ist es nur eine erste Preview von dem Boss, sprich eine erste Vorschau und wir schauen uns grundsätzlich an, wie der Fight funktioniert, was es zu beachten gibt und eine erste Analyse, damit ihr euch schon auch jetzt, so wie ich, auf dem Boss entsprechend vorbereiten könnt. Ja, wie bereits eben angeklungen, Ziel ist es, Keltas auf 100% zu heilen. Uns davon abhalten wollen natürlich verschiedene Ad Waves, wobei zumindest hier im LFR in der ersten Ad Wave der oberste Folterer Daritos eine zentrale Rolle einnimmt. Ich lasse das einfach mal jetzt laufen, denn er hat im Endeffekt nur eine Fähigkeit, das ist die Fähigkeit große Geißelungen. Bei großen Geißelungen werden mehrere Spielercharaktere fokussiert, erleiden Schaden und ja, dieser Schaden muss jetzt endlich von den HLN weggehalten werden. Ihr seht es hier, es ist so eine Pulszone um euch herum, wo kein anderer drin steht, weil er sonst auch den Schaden frisst, entsprechend hier verteilt stehen und dann ist diese Fähigkeit auch kein Problem und ja, das ist wie gesagt das Einzige, was er macht, ist ein Cast, wie man hier oben sieht, den man nicht kicken kann und ja, zumindest im LFR war der oberste Folterer zumindest am Anfang nur einmal aktiv und ja später in den anderen Ad Waves nicht mehr. Ja, die anderen kleinen Ads, die ihr hier seht, das sind die, das müssten die üblen Okkultisten sein, ja steht auch da drunter, genau, üble Okkultisten und die Ödschwing-Assassine, diese sind in der Tat in jeder Gruppe mit enthalten. Die Ödschwing-Assassine zeichnen sich dadurch aus, dass sie so einen Charge haben, wie ihr seht es hier, der Spieler ist fokussiert und würde dann nach ein paar Sekunden von den Assassinen angechargt werden. Die sind also nicht tankbar und machen im Endeffekt auch nichts anderes. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass die sich bei 100% Energie in eine Steingestalt verwandeln und dort dann auf 100% HP sich vorherheilen. Deswegen sollten diese Ödschwingen-Assassinen auf gar keinen Fall groß vernachlässigt werden, sondern sollten auch natürlich zeitnah sterben, damit ihr einfach diesen Heal von dem Mob runternehmen könnt und letztendlich auch dieses herumgecharge in dem Raid. Die üblen Okkultisten, das sind auch Ads, die nicht unbedingt getankt werden können, weil das sind so Caster, die mit verschiedenen Fähigkeiten auf den Raid einwirken. Zum einen die Fähigkeit vulgäres Brandmal, das ist ein Cast, der kickbar ist und auch gekickt werden sollte. Weil dieser Raid-Schaden an allen Spielern verursacht und wenn dieser Cast auf alle Spieler durchgeht, würden die sämtlichen Spieler im Raid 15 Sekunden lang 35% erhöhten Schaden erleiden, was dann natürlich in Kombination mit anderen Fähigkeiten hier sehr gefährlich werden kann. Deswegen vulgäres Brandmal ist auf jeden Fall der Cast, auf den geachtet werden muss und der muss letztendlich dann auch bei den üblen Okkultisten unterbrochen werden. Die zweite Fähigkeit, die diese üblen Okkultisten casten, ist die Fähigkeit verächtlicher Blitz. Das ist so ein Random Bolt, der auch in die Gruppe gecastet wird und entsprechend Random Schaden verursacht. Das muss auch weggehalten werden. Hinzu machen die noch so ein Schattentor, das heißt sie teleportieren sich über einen Teleport an eine andere Stelle. Und das Besondere bei diesen Okkultisten ist, dass die bei Tod so ein Essenzborn fallen lassen. Das wird dann so eine Kugel sein. Diese Kugel ist anklickbar und wenn diese Kugel von einem Spiel anklickt wird, würde der Boss Keltas um 2% seiner Gesundheit geheilt werden. Beachtet bitte aber auch hierbei, dass diese Essenzborne nur eine gewisse Dauer auf dem Boden liegen. Sprich also, sobald sie da sind, sollte man sich gleich darauf stürzen, damit der entsprechende Heal auf Keltas drauf gewirkt wird. Das ist wie gesagt dann der Pull und die erste Ad Wave. Bei Zag Ads sind da erstmal nicht da. Und man hat jetzt erstmal ein paar Sekunden Zeit, um Heal auf den Boss zu bringen. Oder auf Eketas zu bringen. Wie ihr hier seht, kann man diesen Heal nicht nur über direkte Heilzauber von den Heilern auf den Boss bringen, sondern auch über diese sogenannten Seelensockel, die hier mehrfach verteilt stehen. Der Seelensockel ist von jedem Spiel anklickbar. Und man würde dann 15 Sekunden lang seine HP auf den Boss channellen. Natürlich erleidet man dadurch Schaden, deswegen müssen die Leute, die gerade am Channeln sind, von den Healern natürlich auch irgendwelchen Gegengehalt werden. Da dieser Heal aber relativ effektiv ist, sollte natürlich auch jeder Spieler, sofern er nicht diesen D-Buff hat, der verhindert, dass man diesen Seelensockel anklicken kann für eine Minute, auch das dann entsprechend immer machen. Da wird wahrscheinlich später in anderen Schwierigkeitsgraden eine entsprechende Einteilung vergeben. Ist wie gesagt nochmal ein Boost, um zusätzlich HP auf Keltas zu bekommen. Bei 40 und 90% HP von Keltas beginnt aber nochmal eine weitere Zwischenphase. Bei 40% und 90% wird Keltas nicht mehr Hieber sein, sondern es erscheint ein sogenannter Schemen von Keltas. Ich muss mal gerade laufen lassen, ich weiß gerade nicht, ob das schon jetzt in dieser ersten Phase der Fall sein wird oder ob wir noch eine zweite AdWave spielen müssen. Schaut gerade glaube ich ganz gut aus. Da sieht man es nochmal, ausgelaugte Seele verhindert, dass ich jetzt den Seelensockel nochmal benutzen kann. Wir müssen jetzt anscheinend noch eine zweite AdWave spielen, dann gehen wir erst darauf ein. Bei der zweiten AdWave spawnen hier so steingebundene Bezwinger. Das sind letztendlich die Adds, die statt dem Folterer in der ersten Phase jetzt von den Tanks getankt werden müssen. Die machen massiven Tank-Schaden, haben auch wieder so eine Debuff-Ability, die einen Tankwechsel erfordert und wirken die Fähigkeit Erschütternde Schmettern. Erschütternde Schmettern ist eine Fähigkeit, die an allen Spielern einen Raid-Schaden verursacht und die stackt auch, weswegen auch diese Adds nicht zu lange leben dürfen. Weil leben diese Adds zu lange, würde auch das wieder zur Folge haben, dass der Raid-Schaden steigt und spätestens auf schwierigeren Modi würde das dazu führen, dass natürlich auch das wahrscheinlich ein Vibe werden könnte oder Vibe werden würde. Zusätzlich zu diesem steingebundene Bezwinger spawnen hier so kleine Adds. Das sind die lästigen Unholde. Die lästigen Unholde machen eigentlich nicht viel, außer dass sie so einen zersplitternden Rubin hier durch die Gegend werfen. Das sind dann so kleine rote Zonen, die wird man gleich auch wahrscheinlich nochmal sehen. Aus dem man natürlich einfach herauslaufen muss und soll und sich von denen nicht treffen lassen sollte. Beziehungsweise war das eine andere Fähigkeit? Nein, ihr seht, dass es ein Kaster kickbar ist, der auf Spieler gewirkt wird. Also einfach nur noch random Schaden weggehalten werden muss. Ich vergesse es, ich habe gerade Blödsinn gelabert. Ich habe das mit einer anderen Fähigkeit verwechselt. Jedenfalls schaffen wir auch diese zweite AdWave hier gerade. Und ja, ihr seht es da oben. Er spawnt neben Keltas bei 40% HP. Der Schemen von Keltas, der jetzt in dieser Zwischenphase von uns besiegt werden muss, da sonst keine weitere Heilung auf Keltas gewirkt werden kann. Ja, der Schemen hat vier relevante Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit ist hier der wiedergeborene Phönix. Ich denke, wer den Boss Keltas damals in Burning Crusade gespielt hat, da muss ich nicht viel zu sagen. Er ist ein Phönix, der verfolgt, fixiert hier random Spieler. Die hat gekytet, die hat kiten müssen. Wird der Phönix auf 0% HP gebracht. Er verwandelt sich in so ein Aschnerhäufchen. Und ja, spawnt bei 100% Energie dann wieder. Zwischendurch macht er so eine Pulszone um sich herum. Da einfach nicht drin stehen. Relativ einfach zur Hand haben. Die haben relativ klar die Fähigkeit. Deswegen muss man da auch nicht mehr zu sagen. Der Boss dann selbst, Schemen von Keltas, macht dann die Fähigkeit Glutexplosion. Das sieht man hier hinten. Ein Spieler wird markiert. Und auf dem prasselt dann nach 6 Sekunden so eine Feuersäule wieder, die nicht wenig Schaden verursacht, beziehungsweise sehr viel Schaden verursacht, sodass es den Spieler alleine töten würde. Deswegen müssen sich mehrere Spieler mit hier in die Zone reinstellen, dass der Schaden dann unter allen Spielern gesplittet und aufgeteilt wird. Das sollten auch im Optimalfall wenigstens 6 Spieler sein, weil zusätzlich, wenn diese Feuer so niederprasselt, wird ein Debuff auf den Spielern hinterlassen, der nochmal natürlich über x Sekunden Schaden verursacht, je nach Schwierigkeitsgrad. Und insgesamt sind das 6 Stacks, die verteilt werden. Würden also nur 2 Leute in der Zone drin stehen, sprich der Betroffene und ein zusätzlicher Spieler, würden halt diese beiden Spieler jeweils 3 Stacks erhalten, wodurch natürlich dieser Debuff deutlich erhöht ticken würde. Stellen sich in diese Zone 6 Spieler rein, würde dieser Debuff auch auf 6 Spiele aufgeteilt werden. Und man hätte dann den Schaden im Raid relativ moderat verteilt. Deswegen, sobald diese Fähigkeit kommt, 6 Spiele im Optimalfall reinstellen. Und ja, die Sache ist dann entsprechend erledigt. Zusätzlich, das sieht man jetzt hier nicht, würden auf höheren Schwierigkeitsgraden diese Fähigkeiten noch immer noch eine Void-Zone hinterlassen, sodass natürlich auch im Laufe der Zeit hier die Kampffläche ziemlich deutlich eingeschränkt sein würde. Da es sich hierbei aber um den LFR-Modus handelt, wo ich den Boss hier getestet habe, ist diese Fähigkeit nicht dabei. Ja, ist wie gesagt nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit, die in den anderen Modi hinzukommt. Bei 100 Energie castet er sein Ultimate. Das ist die Fähigkeit Loderne Woge. Loderne Woge ist so ein riesiger, kegelförmiger Bereich. Da muss man auf jeden Fall auch rauslaufen, weil die natürlich auch massiven Schaden verursacht. Und ja, ihr euch deswegen nicht davon treffen lassen solltet. Ja, und das sind im Endeffekt alle Fähigkeiten vom Schemen von Keltas. Diese Zwischenphase kommt bei, ich sag's nochmal, 40 und 90% HP von Keltas, die mir entsprechend hochgehalten haben. Warum das hier jetzt vorzeitig abbricht, kann ich euch nicht sagen. Könnte, glaube ich, ein Bug sein. Steht zumindest nichts im Dungeon-Compendium bislang oder im Abenteuerführer, heißt es ja neuerdings. Weswegen das so ist. Letztendlich ist jetzt wieder hier die nächste Phase aktiv, wo wir die Socke klicken können, wo wir weiteren Heal auf Keltas durchchanneln können. Und ja, währenddessen kommt auch schon die neue AdWave. Hier ist wieder ein steingebundener Bezwinger, der wieder von den Tanks gehandelt werden muss. Dann sind die ganzen kleinen Adz hier, diese lässigen Unholde, die die ganze Zeit zersplitternder Rubin auf Random-Spieler am Raid-Casten. Und ja, diese AdWaves wiederholen sich dann. Ich denke mal, dass sie auch auf anderen Schwierigkeitsgraden dann ein bisschen anders gestaltet und ein bisschen schwieriger gestaltet werden. Vor allem zumal auch bestimmt andere Kombinationen dann kommen werden. Hier ist, wie gesagt, LFR relativ überschaubar. Aber ich denke, auch jetzt sollte euch schon klar sein, wie der generelle Kampfablauf hier ist. Was es zu beachten gilt. Und ja, letztendlich, wenn ihr es schafft, wie gesagt, Keltas auf 100% zu heilen, dann ist der Bosskampf auch entsprechend gewonnen und kein Problem. Ja, wir kennen jetzt noch die nächste AdWave. Es sind, wie gesagt, hier wieder unterschiedliche Kombinationen. Ich schaue mich wieder an den Sockel. Und ja, mehr gibt es im Endeffekt jetzt für den ersten Eindruck, für den ersten Einblick auch nicht zu sagen. Im Endeffekt habt ihr ja alles gesehen, was es zu sehen gibt. Den vollständigen Guide mache ich letztendlich dann, wenn ich den Boss auf HC gelegt habe. Aber auch da wiederhole ich mich. Von daher, ja, kann ich das Video im Endeffekt abbrechen. Die letzten HP müssen wir uns nicht nochmal zu Gemüte führen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder einen guten ersten Eindruck auf diesen Bosskampf geben. Und euch schon ein bisschen entsprechend vorbereiten, wenn ihr zu Shadowlands in der ersten Normal unter C-ID in den Counter angehen wollt. Wenn euch der Content gefällt, wie immer der Aufruf, lasst doch gerne ein Follow da. Gerne auch auf Twitch oder auf Insta. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschalten würdet. Bis dahin, macht's gut, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao und bye.